Eigentlich ganz nett, ja, gebt dir keinen Respekt, doch ich bin eigentlich ganz nett, ey, eigentlich ganz nett, ich bin eigentlich ganz nett, 069 hab ich geprägt, doch ich bin eigentlich ganz nett, eigentlich ganz nett, ich bin eigentlich ganz nett, schreib... Ich bin unterstanden, dass man die von beiden Seiten befahren, aber offenbar lässt Chris ja nicht durchgehen, der das da vorhin ging, mein Gott, Wetter, Wetter ist gerade eine Katastrophe, ja, ne, passt, ja, ich seh doch, ich seh das Wasser, nicht zu weit um, oh, jetzt ist es kritisch, jetzt sehe ich gar nichts, soll ich hochziehen? Nein, nicht zu weit hoch, nicht zu weit hoch, ich seh die, ich seh die, ich seh die, ich seh sie, ich seh sie. Oh nein, ich hab ones... Fahr das Fahrwerk aus, ich geh vom Gas, ich geh vom Gas, bremsen, 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 bremsen... Du bist zu schnell. Oh, das war voll gut. Ich dachte, dass wir zu schnell sind. Oh nein, ein Hai kommt. Oh ja, hinter mir ist ein Hai. Ich schwöre, hinter mir ist ein Hai. Machen wir keine Ahnung. Hol den Quatsch jetzt ein Hai. Schnell ihn weg, hol deinen langen Rost. Du wirst es merken. Du wirst es merken. Ich drohe mit meinem Messer. Schüchte ich auf jeden Fall ein. Hast du ein Messer dabei? Zieh schon mal.